Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone, dem Flur von Axramas. Heute spielen wir gegen Haigan, der Unreine. Haigan hat die Böden und Mauern von Axramas mit einer Unzahl von Fallen ausgestattet, die er jederzeit auslösen kann. Und seine blöde Heldenfähigkeit ist, fiegt dem Diener, der sich ganz links befindet, zwei Schalen zu. Hm, ich hoffe, der ist gut genug dafür. Ich versuch's mal mit dem Krieger. Oh, der Tod. Hm. Ja, ich weiß, dass jetzt sterben wird, aber egal. Verdammt. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Vor allem das Unfaire ist, dass der Gegner immer zwei als zweiter Stelle ist. Außer ein-, zweimal. Nehmen Sie ihn, ist er tot. Genau, mach dir mal ein bisschen Selbstschaden. Okay. Wie ich diesen Todesstreiters wie Pest. Ich hasse den einfach. Wie Pinguine. Ja, ja, ja. Du mich auch. Oh, noch so eine Scheiße. Danke viel. Das wird euch umhauen. Okay. Naja, nicht wirklich so. Das war aber... Haha, super. Danke, Spieler. Super. Dum, 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 dum. Okay. Das war aber, wenn man sich die Scheiße darstellt. Oh, das war. Das war aber. Oh, das war ein Kaffeln. Ich habe dich ein dann fährst du es wieder mit dem paladin obwohl ich weiß es nicht egal was trotzdem noch als ich training gemacht habe bzw geübt habe mit dem paladin deck habe ich jedes mal die kommen gekriegt all was ich gebracht habe kaum spiel ich gegen erste spieler oder hier gibt sie kommen nicht mehr so eine schissen und meistens sieht man auch noch beschissene karten wenn er nichts in der hand hat ja jetzt nicht gemacht aber auch egal so dann mache ich mal das hier so viel ist nicht mit dem angreifen ich komme aus der leere und weißt du was du kannst mich mal ich komme aus der leere Das war so. Huh. wer wagt es nicht zu beschwören ich glaube das mit dem halte mit aus und das mache ich erst mal das hier und dann mache ich das und da bin fertig na ja gar nichts aus dem feuer so eine karte manchmal aber egal ja das passt ja und trotzdem ist er tot so das gefällt mir auch das hier Ja, da. Awww. Jetzt wird aber leider nichts bringen. Das tut mir aber leid. Und ich fahre mich noch mal ein bisschen hoch und bringe mich da an. Und das war es wieder mit Hearthstone. Schaut auch bei den anderen Videos rein. Und beim nächsten Mal kommt der dran. Wenn ihr euch auch nur in die Nähe von Lortep begebt, wird euer Fleisch beginnen zu verraten. Ich würde also eine Nahkampfklasse empfehlen. Ich habe mir gerade eben überlegt, ob ich das jetzt noch machen soll. Aber nein, ich mache das beim nächsten Mal erst. Ich hoffe es hat euch schon ein bisschen gefallen. Warum wiederhole ich mich eigentlich? Keine Ahnung. Lass ein Abo da, ein Liken, ein Kommentieren. Nicht vergessen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye-bye und Tschüssigowski. Bis dann. Bis dann.